Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Tönen Sie auch genug für Ihres Haar? Sie wissen ja, gut pflegtes Haar ist nicht nur attraktiv, sondern es bleibt auch länger gesund. Und bei GOP finden Sie für jedes Haarproblem auch das richtige Pflegeprodukt. Abgestimmt auf jeden Haartyp, das sind die Beldam Coiffure Shampoo. Speziell für jeden Tag das Palm Leaf Baby Shampoo, die LSF Balsam Schönheitsspülung, um besser zu frisieren. Der Gloria Hairspray gibt den natürlichen Halt und ebenso die Brillcreme für die topmodischen Frisuren. Gegen Haarausfall und Schuppen wirkt das FS Haarwasser. Die natürliche Haarfarbe verschönern oder ändern mit Belle-Color. Sie wissen ja, wie GOP, da können Sie wählen zwischen die Markenartikel und GoProdukte. Und eine Neuheit bei GOP ist Beldam Coiffure Schaumtönig in 6 Farbnuancen. Problemlos und sicher anzuwenden. Und in der Packung ist alles drin. Einfach die Beldam Schaumtönig auf dem gewäschten und gut frottierten Haar gleichmässig verteilen. Und dann je nach gewünschter Farbintensität einwirken lassen. Und so verschönnert und pflegt Beldam Schaumtönig Ihres Haares. Sie können auch problemlos korrigieren, auch zurück auf Ihre Naturfarbe. Ein ganzes Haarpflegesystem, und zwar in drei Phasen, das bietet Ihnen Vidal Sassun. Phase 1 Waschen mit einem milden Shampoo. Es schenkt Ihrem Haar neue Frische und Glanz. Phase 2 Pflege mit dem Protein Feuchtigkeitsbalsam. Das gibt Spannkraft und Gefühle wieder zurück. Phase 3 Schützen mit der Vitaminschutzspülung. Sie macht Ihres Haar widerstandsfähiger. Sie sehen, bei GOP gibt es wirklich für jedes Haarproblem auch das richtige Pflegeprodukt. Und jetzt präsentieren wir Ihnen das aktuelle Modeangebot in Ihrem GOP Warenhaus. Ganz schick der Frühlingsmantel in Bordeaux, Olive oder Blau. Dieser elegante Hosenanzug bleibt immer in Form und ist pflegelicht. Dazu passt das originelle Blüsli aus Rainer Baumwolle. Und das ist die sportliche Herrenmode im GOP Warenhaus. Ganz aktuell sind Blusons aus Rainer Baumwolle. Sie sehen, Ihr GOP Warenhaus hat alles für einen modischen Start in Frühling. Und zudem geht es in den GOP Warenhäuser den Rotstift um. Achtet Sie in dieser Woche in Ihrem Briefkasten auf diesen Prospekt. Da hat es über 140 Preisschlager drin. Diana, das sind 48 Schuhfachgeschäfte von GOP in der ganzen Schweiz. Gerade jetzt ist wieder ein neues aufgegangen und zwar in Luzern an der Härtensteinstrasse. Auch da werden Sie gut bedient und beraten. Und jetzt haben wir noch einen Tipp und zwar ganz durch die Blume. Nächsten Montag ist Valentinstag. Denken Sie doch daran. Und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum GOP Rezept dieser Woche. Wenig Arbeit und doch etwas Wirtschafts auf dem Tisch? Hier ist unser Vorschlag. Ein Freiburger Käse zu schneiden. Für vier bis sechs Personen haben wir drei Eigelbe mit anderthalb Deziliter Milchfourriere. 300 Gramm grübenen Gruyere dazugeben und gewürzt mit Salz, Muskennuss und Paprika. Diese Masse streichen wir jetzt auf eine Modelbrot-Scheibe. Legen Sie dann auf ein Blech. Und ziehen Sie ungefähr 20 bis 30 Minuten in guter Hitze goldbraun zu backen. Die Freiburger Käse-Schnitten servieren wir mit einem knackigen Salat. Das Rezept steht in der Koop-Zeitung dieser Woche. Ich wünsche Ihnen einen guten. Das wäre es gewesen. Achten Sie jetzt noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Es sind alles Artikel, die Sie täglich brauchen können. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei GOP Magerspeck per Kilo statt 11 Franken nur 87. Das ganze Zahnpast-Sortiment, jede Taube jetzt 50 rappen günstiger. Hundenahrung, eine Dose Fido-Boulette für 1 Franken. Und ein Paket Frohlig für 4,40. Katzenahrung, zwei Dosen Kitty-Cut mit Rindfleisch für 2,30. Und ein Paket Delikat mit Fleisch für 2,95. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Kirschcake statt 3,30 nur 2,60. Ein Aprikosencake statt 4,20 nur 3,20. Ein Kilo Bananen nur 1,80. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Die Texstar Manchester Jeans für Kinder aus Rainer Baumwolle gibt es jetzt in allen GOP-Center und GOP-Fahrenhäusern von 10 bis 17 Franken, je nach Grösse. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.